»Bisher noch nicht«, erwiderte ich stattdessen. »Aber das kann sich ja ändern«, schob ich hinterher. Erst als mir die Worte bereits über die Lippen gekommen waren, spürte ich, dass ich mich gerade wie ein Gigolo verhalten hatte. Dabei war das für gewöhnlich überhaupt nicht meine Art. »Vielleicht weißt du ja schon gar nicht mehr, was deine Art ist, weil du gefühlt seit einem halben Jahrhundert keine Frau mehr gedatet hast«, gab meine innere Stimme zu bedenken. »Wann denn?«, erwiderte ich in Gedanken. Sarah lächelte mich derweil verlegen an. Ich konnte ihr deutlich ansehen, dass sie sich in der Situation nicht ganz wohl fühlte. Schon fand ich die Idee, hierher zu kommen, um Sarah zu sehen, gar nicht mehr so glorreich wie noch in meiner Wohnung. »Es tut mir leid. Ich bin da wohl ein wenig vorschnell gewesen. Und im Grunde kennen wir uns schon. Irgendwie. Und irgendwie auch nicht.« Es wurde nicht besser. Ganz im Gegenteil. Jetzt redete ich mich mit jedem weiteren Wort, das mir über die Lippen kam, um Kopf und Kragen. Dabei versuchte ich inständig, sie daran zu hindern, meinen Mund zu verlassen. Ohne Erfolg. Sarah lächelte bemüht und sah sich dabei zu allen Seiten hin um. Offenbar suchte sie bereits nach einem Fluchtweg. »Sorry, ich glaube, es war eine dumme Idee, hierher zu kommen,« ruderte ich eilig zurück. Sarah sah mich aus leicht zusammengeknüffenen Augen an, als überlegte sie, woher sie mich kennen könnte. »Mr. New York?«, fragte sie mich im nächsten Augenblick. »Wie bitte?«, hakte ich nach. »Ich meine...«, »Kennen wir uns über Holly Match?« Noch ehe ich ihr die Frage beantworten konnte, stürmte Mr. Williams wie ein Wahnsinniger aus dem Lagerraum in beiden Händen zwei Lichtschläuche. »Schlangen! Schlangen!« »Das ganze Lager ist voll davon. Das könnt ihr euch nicht vorstellen!«, schrie er. »Das ganze Lager«, das war.". »Stiong.